Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Auch wenn die Kurse gerade komplett am Eskalieren sind, beziehungsweise voll komplett am Abkacken. Inflationsdaten sind da. 9,1% in den USA. Das gibt uns gerade momentan die Richtung vor. Was das jetzt für uns bedeutet, welche unsere nächsten Unterstützungszonen sind, schauen wir uns auf jeden Fall im jetzigen Update-Video an. Bevor wir aber starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, jetzt aber starten wir durch. Wie gesagt, momentan haben wir ungefähr 19.200 US-Dollar. Wir hatten jetzt gerade einen WIC sogar im 1-Stunden-Chart bis ungefähr 18.800 US-Dollar. Könnte aber noch nicht das Ende gewesen sein. Also wir wurden jetzt innerhalb kürzester Zeit einerseits einen 4-Stunden-Email-Ribbons-Rejected. Plus wir gehen jetzt mal in den 15-Minuten-Chart. Da sieht man einfach im Endeffekt, die Zahlen kamen raus. Pump nach oben. Im Endeffekt das gleiche Spiel wie beim letzten Mal. Inflationszahlen höher als gedacht. Marktpump ganz kurz nach oben, um dann die Trendwende im Endeffekt nach unten hin zu machen. Das haben wir jetzt auch gerade gesehen. Pump bis ungefähr 20.100 US-Dollar und dann ging es sofort runter mit der nächsten 15-Minuten-Candle. Momentan bitte jetzt nicht irgendwie blind reinschorten. Ich habe es gerade schon mal in die Telegram-Gruppe gepostet. Nicht blind jetzt reinschorten, nicht blind Longing oder sowas. Nur weil die Kerze jetzt aufgekauft wird. Ihr seht dieses krasse Volumen. Sollte die 4-Stunden- oder 1-Stunden-Candle jetzt so schließen, werden wir auf jeden Fall nochmal diese Tiefs hier auf jeden Fall unten nochmal sehen. Einfach um die Liquidität abzugreifen. Ich vermute aber, der nächste Step wäre dann eher hier in Richtung 18.500 bis knapp 18.400 US-Dollar. Einfach aufgrund dessen. Hier drüben war nochmal ein Wick mit ordentlich Volumen. Sieht man hier ganz gut. Heißt, wir haben in diesem Bereich auf jeden Fall viel, viel mehr Liquidität, die wir uns noch abholen können in diesem Bereich. 18.500 US-Dollar bricht die Zone auch. Werden wir sehr wahrscheinlich dann Richtung 17.500 US-Dollar gehen erst einmal. Und dann bleibt zu hoffen, ob die Zone hält. Ansonsten, ganz ehrlich, halte ich auch Kurse bis 10.000 bis 13.000 US-Dollar weiterhin. Das Worst-Case-Szenario nicht für ausgeschlossen. Möchten wir jetzt aber momentan noch nicht hier Panik verbreiten oder sonstiges. Die US-Märkte machen erst in knapp einer Stunde auf, bis das Video online ist wahrscheinlich. Punktgenau machen die Märkte dann auf und dann wird es eh interessant. Aber ich vermute auch, die Märkte werden nochmal deutlich nachgeben und das könnte dann auch für Bitcoin am heutigen Tag auf jeden Fall nochmal einen roten Tag bedeuten. Aber gut, müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben auf jeden Fall den Abtrend, haben wir auf jeden Fall nach unten hindurchbrochen erst einmal. Volumen jetzt momentan in der Kerze exponentiell hoch. Bitte nicht jetzt in irgendwelche Trades rein. Was anderes gibt es momentan echt nicht zu sagen. Wir haben jetzt unsere nächste Supportzone erst bei 18.500 US-Dollar. Die Zone könnten wir uns holen. Es wäre sogar einerseits irgendwie wünschenswert, andererseits notwendig einfach, um hier vielleicht nochmal die Liquidität rauszuholen, um dann Reversal zu starten, aber übergeordnet weiter in dieser Seitwärts-Trend. Was jetzt problematisch werden kann, wir haben uns ja hier schon mal drüber unterhalten, einerseits wo wir das gleiche Szenario hatten. Wir haben dann einerseits einen Abtrend gebildet, gleiches Szenario, hatten hier einen Pump, hatten hier einen Pump. Dann ging es runter, Konsolidierung, bevor wir dann das Breakdown nach unten hinbekommen haben. Gut, 10.000 US-Dollar wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr heute oder morgen runtergehen, vermute ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht. Aber trotzdem, Trendbruch liegt erst einmal vor mit positiven Retests, diesen Trendbruchs, sage ich jetzt mal. Müssen wir wirklich drauf aufpassen, jetzt die nächsten Stunden. Kann natürlich auch genauso, dass wir jetzt unser Reversal dann bei ungefähr 18.500 US-Dollar kriegen. Wage ich aber momentan noch zu bezweifeln. Jetzt wird es erstmal interessant werden, wie reagieren die US-Börsen jetzt in den nächsten Stunden auf jeden Fall. werden wahrscheinlich sowieso abverkauft werden, erst einmal. Auch wenn die Inflationsrate, sage ich mal, von 8,8 war prognostiziert, 9,1 ist jetzt rausgekommen, also schon ein bisschen höher. Wird wahrscheinlich dann auch wieder die FED wiederum mitspielen oder auch die EZB, weil sie denkt, okay, wir müssen die Zinsen noch mehr erhöhen, als was wir eh schon geplant haben. Momentan hilft es halt einfach nichts, vor allem Euro-Raum wird noch, sage ich mal, meines Erachtens noch wichtiger werden, als viele, viele denken. Auch wenn da momentan noch sehr, sehr wenig passiert. Aber durch die Parität, die wir jetzt innerhalb des Euro haben, von 1 zu 1 zu dem US-Dollar, wird für die USA deutsche Sachen im Endeffekt billiger. Für uns werden aber importierte Sachen dann wiederum ein bisschen teuer. Hoffentlich sage ich das jetzt richtig oder ich verwechsel irgendwas. Verzeiht es mir, wenn jetzt irgendwas falsch ist. Aber das könnte noch extreme Schwankungen auslösen. Auch die Inflationszahlen, das in Deutschland immer weiter höher werden wahrscheinlich dann. Und dann müssen wir sowieso gucken, wie die ganzen Märkte darauf dann noch reagieren. Aber das ist eine längerfristige Geschichte. Kurzfristig, wie gesagt, 18.500 US-Dollar. Das ist jetzt die Marke, die auf jeden Fall halten muss. Ansonsten sehen wir die 17.500, beziehungsweise 17k ungefähr, um dieses Low da drüben einfach noch abzuholen. Kann ich mir momentan sogar eher vorstellen. Wir haben ja gestern über das Fractal gesprochen, was ich reingepostet habe. Das habe ich rausgenommen, wie ihr gerade seht. Habe ich vorhin auch noch in der Telegram-Gruppe gepostet. Dieses ist jetzt mittlerweile invalide. Heißt für uns momentan keine Anzeichen dafür, dass wir jetzt doch eine Trendwinde reinkriegen. Meine Long-Position ist ausgestoppt, bin ich ehrlich zu euch. Die ist ausgestoppt worden. Bei 19.200 war der Stop-Loss. Hat über Nacht noch gehalten. Dachte, okay, wir kriegen zumindest hier in diesem Bereich der 20.500, 20.800 oder so nochmal irgendwie ein Touchpoint, dass ich die Stop-Loss-Entry machen kann und Profite nehmen kann. War halt nicht so. Ist jetzt ins Minus gerutscht. Scheißegal. Gibt neue Trades. Schauen wir dann mal. Aber momentan ist mir einfach zu risky, jetzt hier irgendwie blind reinzuschorten oder rein zu long. Es bringt einfach nichts. Wir müssen jetzt abwarten, bis wir eine Konsolidierung kriegen. Bis die nächsten Stunden vergehen, wie gesagt, ein Stunden-Candle mit so viel Volumen. Also so viel Volumen hatten wir ewig nicht mehr. Gut, das hatten wir hier bei diesem Aufkauf dann mal. Aber sonst Ewigkeiten nicht mehr. Heißt, hier ist eine Menge Liquidität im Markt. Also die nächste Ein- und Vier-Stunden-Candle wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Wir werden uns diesen Wig auf jeden Fall früher oder später holen. Wir haben jetzt noch drei Stunden, vier Stunden, drei Stunden, bis die Vier-Stunden-Candle schließt. Und dieser Wig hier wird hundertprozentig gefüllt. Wenn nicht jetzt, irgendwann wird er gefüllt aufgrund dieser krassen Liquidität. Und wir können nur hoffen, dass dies relativ flott passiert, damit wir uns die ganzen Shorter bzw. Longs, die dann hier unten aufgemacht haben, wirklich nochmal holen. Und dann würde das Szenario ungefähr so aussehen. Wir gehen in die 18,4. Dann holen wir uns die Shorts, die hier oben eröffnet haben bei dem Wig auf 20,1 bis vielleicht 20.300 US-Dollar. Und dann müssen wir wirklich die Situation neu beurteilen. Reicht das, um, sag ich mal, einen Trend nach oben hin zu bilden? Oder gehen wir dann einfach noch tiefer und haben uns einfach erst die Longs geholt und dann holen wir uns die Shorts. Wir können das ganze Szenario auch umgekehrt machen. Wir pumpen erst nach oben, holen uns erst die Shorter, holen uns dann die Longer und gehen dann trotzdem weiter nach unten. Also das sind jetzt momentan die Möglichkeiten, die wir haben, die uns der Markt zumindest momentan vorgibt. Wo ich sagen würde, da passt jetzt auf jeden Fall auf. Finger einfach weg von irgendwas. Die nächsten Stunden, vor allem wenn es irgendwas gibt, mögliche Setups oder so, werde ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden halten. Ob man hier dann Long oder Short riskieren kann. Ich würde aber eher warten, bis sich eine Richtung entschieden hat. Sollten wir jetzt natürlich erst nach unten hingehen, werde ich hier keine Long-Position eröffnen. Ich würde dann erst warten, bis wir hier in die Region gehen, um einen möglichen Short zu eröffnen. So, und genau das gleiche Spiel machen wir dann umgekehrt. Nicht, sag ich mal, sollten wir jetzt hier hochgehen, würde ich auch hier keine Long-Position, auch dann erst Short. Also ich bin momentan eher ein bisschen Short gerichtet und warte, dass wir diesen Rigg hier oben holen, um einfach dann nach unten hin nochmal ein bisschen runter zu shorten. Ja, ausführliche BTC-Analyse jetzt, würde ich sagen. Also wie gesagt, mehr gibt es einfach nicht auf dem Daily, können wir nochmal ganz kurz gucken. Aber auch hier, Trendbruch liegt vor, müssen wir ganz deutlich sagen. Volumen, weiterhin Mangelware, RSI relativ weit unten, sag ich jetzt mal. Das wäre da noch so eine Hoffnung, dass wir vielleicht eine Bullish Divergence reinkriegen. Aber das ist längerfristige Sache, darauf können wir heute nicht schielen. Altcoins würde ich jetzt ganz ehrlich nicht drauf eingehen, um euch jetzt nicht hier noch irgendwie bullische Muster oder sonst irgendwas zu zeigen. Deswegen lasse ich jetzt von Altcoins die Finger. Sollte sich der Markt morgen wieder beruhigen, dann wieder gerne Altcoin-Wünsche. Also ihr könnt jetzt schon mal eure Altcoin-Wünsche unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ansonsten, Finger weg jetzt von Alt, passt einfach auf die nächsten Stunden. Mehr gibt es von meiner Seite nicht zu sagen. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach abwarten und gucken, ob wir hier wirklich mal dann ein bisschen Konsolidierung reinkriegen. Und dann können wir auch neue Setups möglicherweise posten. So, soviel dazu. Kurz die News. Spielt die Auswahl der Sicherheit eines Kryptotoken eine Rolle? Meines Erachtens auf alle Fälle. Aber gut, jeder seine eigene Meinung. Schaut euch gerne den Artikel an. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall trotzdem noch einen schönen, angenehmen Mittwochnachmittag. Morgen, schon mal Erinnerung, morgen um 19 Uhr wieder Livestream auf YouTube. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir hören uns dann morgen Mittag zu einem Update-Video wieder. Bis dahin, Finger weg von Shorts und Longs. Nochmal letzter Reminder. Bis dahin, bis morgen. Ciao, ciao. Stay Crypto. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.